Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal 5 PED-Outfits für den männlichen Charakter zeigen. Ja, ich hoffe euch gefällt das kleine feine Video. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir dann noch ein Like und ein Abo da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.